Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Caravan in Dingesbühl. Ja, was haben wir die Woche alles gedacht, gemacht, nicht gedacht, gedacht haben wir auch, aber gemacht. Also erst einmal, ich bin leider nicht dazukommen, mehr Videos zu machen, weil ich die Woche des Öfteren nicht im Krankenhaus, aber beim Arzt und in der Röhre war und morgen muss ich ganz kurz unter das Messer, weil da muss mein Knie kurz operiert werden. Ja, dann darf ich ein paar Tage mit den Krücken rumlaufen, ist leider so, darum bitte verzeiht es mir, wenn jetzt so zwischen den Videos ein bisschen länger Abstand ist, weil Krücken und Kamera, das ist immer ein bisschen schwierig und ein Kameramann kann er mir noch nicht leisten, aber wird schon werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Woche ein bisschen was zusammengeschnitten, Highlights, was wir so tun, was alles so in der Werkstatt los war und ich würde sagen, wir zögern gar nicht lang, wir gucken uns das einfach mal an und auf geht's in die Werkstatt. Ja, hier sehen wir ein Display, was wir neu verbaut haben. Wozu gehört das? Natürlich zum WCS Wechselrichter. Wir haben jetzt hier einen Kastenwagen, wo wir gerade komplett umbauen, also sprich, der kriegt hier neue Lithium-Akkus, einmal hier unterm Sitz, dann bekommt er einen Wechselrichter, den verbauen wir hier unter der Küche Warum verbauen wir den da unten? Einmal, weil der Kunde das so möchte, weil wir anderweitig echt wenig Platz haben in dem Fahrzeug und hier unten stört er einfach nicht. Wir haben da die Gasleitung dazu verlegen müssen, ihr seht, hier geht die Gasleitung, die silberne, die geht hier einmal rum, die ist quer hier rüber gegangen, die haben wir jetzt hier außen rumgelegt, damit der Wechselrichter schön sauber da reinpasst und natürlich müssen wir auch für eine Entlüftung sorgen, entsprechend. Von Wasserverbindungen sind wir etliches weg. Natürlich wird hier auch noch eine kleine Zwischenwand reingemacht, damit das noch ein wenig safe ist und dann natürlich die Entlüftung, die haben wir hier außen vorbereitet, weil das Fahrzeug braucht natürlich Luft und das machen wir so, da kommt das Lüftungsgitter rein, im Boden einmal quer durch, schön sauber ausgearbeitet, ist noch nicht drin, ich weiß, wird alles fertig gemacht, ich zeige euch das Fahrzeug natürlich jetzt immer in den Zwischenschritten, damit der Wechselrichter schön seine Luft rauskriegt. Das ist das Allerwichtigste, Geräte werden warm und dementsprechend muss das alles sauber verarbeitet werden. Das ist der erste Schritt. Hier haben wir dann, gehen wir mal hier vor, die Lithium-Batterien, da haben wir die neuen vom WCS, weil die von der Höhe her, es ist ja Euno-Rom, sprich, da können wir die alten Halter eben nutzen, das ist genau das, was der Götz immer sagt, einmal rein, einmal raus, dann kommen die alten Halter wieder drauf und dann ist das Ding hier hinten, da seht ihr es, da rasten die richtig schön ein, da ist die silberne Lasche, da sind dann der Vorsprung drin, da ist der bombenfest, der Akku, der macht da keinen Zucker mehr und dann kommt der Bügel noch rum und dann ist das ganze Thema bombenfest. Und hier bauen wir noch den Halter für einen Ladebooster, der wird auch noch hier verbaut, der kommt da auch noch rein. Was kriegt er noch alles? Muss man gleich mal hier drauf schauen. Max-Van hat er schon gekriegt, genau. Hier, Max-Van haben wir schon reingebaut, Airtune müssen wir noch machen und super Sache, muss ich echt sagen. Und Max-Van haben wir da hinten im Bett, der ist schon drin, also auch geschickt. Ja, das ist wieder ein richtig schöner Umbau, der macht wieder Spaß, fordert uns wieder ein bisschen, weil wir natürlich solche Sachen mit Möbelbau ausarbeiten, damit das alles big go bello ausschaut. Das ist halt ganz wichtig, kostet alles ein Haufen Geld. Natürlich müssen wir hier immer schön sauber abkleben, damit da sauber nichts passiert. Werkzeuglich nur auf Teppichen, damit das alles ordentlich ist. Und dann schauen wir gleich mal zum nächsten an. Hier haben wir einen Liner Fortu. Den kennt ihr, der war schon mal da. Da haben wir die Hubstützenanlage drunter gebaut. Da seht ihr das. Warum ist er jetzt wieder aufgebockt? Weil er neue Lithium-Akkus bekommen hat. Da nehmen wir mal, jetzt müssen wir doch mal kurz aufschrauben. Das sind aber bloß die zwei Schräuble. Dann können wir da schon mal reingucken. Weil hier haben wir nämlich dreimal AGM raus und haben zweimal 150 Amperestunden Lithium reingemacht. War ein bisschen eng, das Ganze. Klar, weil die Kabelage natürlich alles ein bisschen dicker ausfällt. Na, man kommt jetzt nicht ganz hin. Man sieht es nicht. Hier sieht man das grüne Vorschimmern. Da haben wir zweimal 150 Amperestunden Lithium reingemacht. von WCS. Und dann haben wir hier ein kleiner Besonderheitsschloss montiert. Und zum nächsten, jetzt muss ich hier mal rein, wollte der Kunde sein Abwasser in Zukunft elektrisch aufmachen. Hier war ja der Hebel. Hier ist das Frischwasser. Da ist der Frischwasserhebel. Und hier haben wir den Abwasserhebel gehabt. Und da haben wir jetzt ein Elektromotor eingebaut für den Abwasser. Das wird jetzt hier noch sauber zusammengeschlossen. Natürlich Kabel neu gezogen, abgesichert bei der Batterie. Alles safe. Um, dass er dann mit einem Schalter vorne elektrisch aufmachen kann. und gleichzeitig kommt auch noch eine Kamera drauf. Damit man genau sehen kann, wo der Gulli ist, wie man drüber fahren muss. Und dann ist das alles automatisiert. Also echt eine tolle Sache. Auch das machen wir fertig bei dem Fahrzeug. Dann natürlich die Sicherheitsschlösser, wo wir da eingebaut haben. Und da kriegt er noch eins auf der anderen Seite, damit es auch safe ist. Und ich glaube, dann ist das Auto auch schon wieder fertig. Der wunderschöne Liner 4TU. Und dann wird der auch schon wieder geholed. Ich glaube, morgen sogar schon. Und ja, dann kommt schon wieder der Nächste. Und dann geht es mit Volldampf weiter. Ja, hier haben wir ein Adria-Fahrzeug. Und hier verbauen wir einige Dinge. Aber ich möchte euch da wieder mal so ein bisschen sensibilisieren für ja, eventuelle Einbauten. Also die Seite hier ist ja alles top, muss man sagen. Ist eine Super-B drin. Die kommt raus. Das ist die Epsilon mit 90 Amperestunden. Hier soll rein eine 300 Amperestunden Batterie Bulldron. Hier hat man den Temperaturfüller. Gut, kann man so machen. Alles gut. Massekabel am Schand angeschlossen, damit man die Anzeige natürlich auch hat vom Batteriecomputer. Er bekommt jetzt von mir die 300er Bulldron. Dann bekommt er von mir einen Wechselrichter. Quatsch! Halt, Stopp! Wechselrichter ist ja schon verbaut. Einen Ladebooster vom WCS. Der liegt schon da. Und dann machen wir noch eine Solaranlage aufs Dach. Er hat schon eine, auch mit Büttner, eine Büttneranlage. Und da ist mir was aufgefallen. Das fand ich ein bisschen kurios. Also ich muss da nochmal den Kunden interviewen, wie die Anlage funktioniert hat, wie er denn so damit zufrieden ist. weil hier haben wir wieder eine besondere Anschlussart. Zum einen gehen wir hier mit dem Kabel in den EBL-Block rein. Ist natürlich auch so vorgesehen, dafür ist ja das Kabel auch da, dafür wird es ja auch mitgeliefert. Ich bin jedoch überhaupt kein Freund davon. Ich habe das schon zigmal erklärt. Denn wenn hier der Solaregler ist und ich gehe durch den EBL-Block, dann verliere ich definitiv an Leistung. Und dann geht es erst drüber in die Batterie. Also zum einen wage ich zu bezweifeln. Wir versuchen immer mit dicken Querschnitten zu arbeiten und hier im EBL-Block werden dann die Querschnitte immer dünner. Und dann ziehen wir hier wieder lauter Nadelöhre durch und dann gehen wir von hier wieder weiter in die Batterie darüber. Also hier hat man definitiv Verluste und drum schmeiße ich dieses Kabel definitiv raus, weil über den EBL-Block gehe ich mit der Solaranlage nicht. Dann haben wir das Nächste. Was mir hier aufgefallen ist, verstehe ich überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Hier hat man nur das Plus angeschlossen von der Solaranlage. Also das heißt, der MPPT-Regler hat überhaupt keine Minusseite. Also ich kann das gar nicht verstehen. Also man sieht ja auch, er tut hier gar nichts. Also er geht nicht einmal auf Standby oder er geht auf gar nichts. Das ist was, was mich total wundert. Und ich werde da mal kurz was ausprobieren. also ich will nicht sagen, ob die überhaupt geladen habt, aber man hat nämlich die Masse hier. Und jetzt kommen wir zum nächsten Highlight. Guckt euch den Verteiler an. Also ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Also so eine Listerklemme hier unter dem Sitz zu verbauen, also fatal. Also fatal und eigentlich schon grob fahrlässig, weil immer wieder das gleiche Listerklemme im Fahrzeug nicht erlaubt. Einfach schlichtweg, hier ist eine Verschraubung, das Fahrzeug fährt, Vibrationen, selbst den Standgas hat man hier, Vibrationen, das Ding schlägt irgendwo an, die Schrauben lockern sich und somit definitiv nicht erlaubt. In einem Fahrzeug hat eine Listerklemme nichts verloren und ich werde die natürlich auch rausschmeißen. Aber als Highlight, hier ist man nämlich dann mit der Solaranlage, die dann hier von hinten kommt, wo das gelbe Papperl da drauf ist und hat die hier irgendwie auf eine Gesamtmasse geschlossen und hat aber hier den Regler gar nicht auf Masse geschlossen. Also wild, aber kann man machen. Ich werde das aber mal prüfen, ob der überhaupt funktioniert hat, weil das weiß ich nicht. Also da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, und das wird eben alles jetzt umgebaut. Hier machen wir die Listerklemme raus. Hier werden wir natürlich zwei Dosen setzen, werden wir mit Vago-Klemmen das Ganze abändern, damit das alles sauber ist, einen anderen Verteiler setzen, weil das ist bodenlos, vor allen Dingen wenn man jetzt mal genau hinschaut, hier überall schauen die Litzen raus, also hier ganz besonders und da ist halt wieder Fakt das Problem, hier unterm Sitz, da fliegt mal was runter, da kommt mal was hin, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Also das ist unglaublich, es ist unglaublich. aber ist so, wir ändern das jetzt, wir machen das jetzt vernünftig und dann kriegt er noch eine Hochvoltplatte vom WCS aufs Dach und dann hoffe ich doch, dass das alles wieder sauber und ordentlich funktioniert. Dann hat uns der Kunde noch gebeten einen Fernseher hinzumachen, das machen wir natürlich auch und dann ist das Fahrzeug aber auch schon wieder fertig und jetzt gucken wir mal zu unserer großen Baustelle da nehme ich euch mal schnell mit rüber ins nächste Fahrzeug und auf geht's jetzt sind wir wieder in dem Fahrzeug wo wir ja schon mal drin waren hier haben wir jetzt die Seite fertig gestellt der Wechselrichter ist da unten drin also ihr seht Schubkasten läuft wieder auch die Entlüftung sauber eingebaut Sitz sauber kann man überhaupt nicht meckern ganz tolle Sache und der Wechselrichter kann hier schön atmen und dann wird auch gleich noch ein bisschen der Wohnraum warm also wirklich tolle Sache ja wie geht's hier weiter ihr seht hier ist noch richtig fett Baustelle hier haben wir zweimal Verteiler gelegt ist immer gar nicht so einfach also das ist schon echt eine Hardcore Nummer die ganzen fetten Kabel hier krimpen sauber krimpen dann sauber verlegen anschrauben dass das alles wirklich hält und auch keine Übergangswiderstände gibt weil ganz wichtig ist natürlich immer alles sauber festziehen schützen damit da nichts passiert und ja da sind wir jetzt gerade bei der Verkabelung hier oben haben wir schon die Batterien zusammengeschlossen auch mit dicke fette Kabel weil natürlich auch ein 2000er Wechselrichter verlegt ist hier gehen wir dann in die Plus Verteilung und hier gehen wir dann in die Minus Verteilung und dann wird sauber verzogen dann kommen natürlich die Deckel drauf und sauber ausgeklingt und dann ist hier wieder zu hier haben wir die Wechselrichtersicherung die dann natürlich noch mit drin ist und auf der Seite kommt auch noch der Booster rein da liegt er da haben wir auch einen hier schaut ein 25er rausbaut den muss man natürlich dann dementsprechend auch die ganzen Kabel rausziehen damit man hier wieder Platz hat und ja ihr seht es hier schon wieder mein Lieblingsthema also so machen das die Hersteller ganz wild und ganz unkompliziert die schämen sich hier nichts für einen Haufen Geld die Kabel einfach hier wild durch die Gegend zu legen und nicht mal befestigen ungeschützt naja kann man so machen aber gefällt mir nicht so richtig aber ist halt so da legen wir morgen den Booster rein der kommt dann hier hinten ran den Taster legen wir nach außen so dass dann auch der von außen dementsprechend natürlich bedient werden kann ganz klar und hier werden dann wieder die ganzen anderen Sicherung angeschlossen was hier steht ja und dann geht es hier auch schon mit großen Schritten aufs finale zu also sind wir auch schon richtig guter Dinge dass wir das dann noch sauber hinkriegen ja und soweit haben wir dann eigentlich alles bei dem fahrzeug und dann wird wieder final zusammen gebaut und ja dann wird alles getestet standesgemäß fi natürlich alle steckdosen getestet wann der fi auslöst und 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 ja und dann wird alles wieder verschraubt und wieder ist ein kunde um einiges glücklicher ja aber ich habe heute auch noch nebenbei jetzt schauen wir mal hier in unserer schreckenskammer bitte schaut euch nicht genau um aber hier haben wir noch eine nagelneue formatkreissäge montiert die habe ich heute aufbaut die musste ich heute aufbauen damit die Jungs wieder arbeiten können weil gerade die Sonderanfertigungen wenn wir die Glissana montieren nicht die Glissana sondern die Cinderella montieren oder auch andere Abkastungen machen müssen wird es immer immer notwendiger dass wir hier eben vernünftige saubere Säge haben und da haben wir uns jetzt ein anständiges Formatkreissäge zugelegt auch da hinten mit dem Gebläse das wird alles installiert die Regale kommen raus hier hier wird das alles schick gemacht damit man richtig Platz hat hier oben nutzen wir auch jeden Millimeter an Stauraum was wir haben aber da werden wir auch noch ein bisschen was ändern ab März haben wir noch eine Halle dazu hier haben wir noch Truma Heizungen stehen die sind auch schon verkauft die warten alle auf dem Einbau unsere ganzen Kabel müssen wir mal wieder durchsortieren also ihr seht es ist jede Menge zu tun bloß der Kleinkram bleibt natürlich immer liegen weil man andere Sachen jede Menge zu tun hat so ist es und ja so kämpfen wir uns durch die Woche und wir sind happy weil es alles relativ gut funktioniert tolles Team macht richtig Spaß mit denen zu arbeiten also richtig klasse ja liebe Camper ihr habt wieder gesehen einiges los viel war zu tun die Woche oder ist immer noch zu tun der Adria ja was soll man sagen also die Elektrik da ist wieder so eine Geschichte also gefällt mir persönlich überhaupt nicht aber wir ändern das natürlich ein bisschen ab so dass es schick ist und dass es passt aber so erlebt man halt immer wieder Dinge wenn man was aufmacht und wenn man was nachguckt das halt es doch dann nicht so ist dass einfach nicht sind Kurzschlüsse und Probleme vorprogrammiert und das ist einfach der Grund warum man so was eigentlich im Fahrzeug nicht verbaut wir ändern das dann passt das wieder und ja dann war natürlich noch viel zu tun mit unserer Säge klar die haben wir braucht weil wir immer mehr Anpassungsarbeiten machen müssen Verblendungen und so weiter da führt kein Weg dran vorbei auch wir müssen immer mehr aufrüsten und dementsprechend muss man natürlich immer so ein bisschen nachrüsten bei dem Ganzen aber kein Thema kriegen wir auch hin das haben wir ja schon ein paar mal bewiesen und jetzt haben wir eben nur ein anständiges Werkzeug dazu und dann wird auch noch einiges folgen mit der Zeit aber dann kriegen wir das auch wieder hin ja in dem Sinn war es das eigentlich schon ich hoffe das Video hat euch gefallen über einen Kommentar von euch freue mich natürlich wie ihr die ganzen Sachen seht was ihr so erlebt habt was ihr so habt Anregungen und so weiter und ich lege mich morgen erst einmal kurz ambulant unter das Messer und lasse mein Knie ein bisschen zerstören nein ich hoffe nicht zerstören ich hoffe wieder richten weil ich habe mir hier den Innenband Meniskus komplett zerfetzt und der muss gemacht werden weil das ist immer dicker worden und tut immer mehr weh also drum muss man das einfach mal schlicht weg ein bisschen nachschneiden glaube ich keine Ahnung und dann grücke ich ein bisschen rum und dann passt das auch wieder also in dem Sinn vielen Dank fürs Zuschauen für euer Zeit und ich freue mich schon wieder auf euch im nächsten Video bis bald macht es gut danke ciao ciao